Willkommen bei uSport. Heute zeigen wir euch, wie ihr euch effektiv aufwärmen könnt. Viel Spaß beim Video. Als erstes dehnen wir die Wade. Als 2. Übung machen wir die Oberschenkel aufwärmen. Als 3. Übung machen wir die Unterschenkel aufwärmen. Als 4. Übung werben wir den Rücken auf und wir verbessern unser Gleichgewicht. Jetzt wärmen wir unsere Oberschenkel auf. Musik Jetzt wärmen wir unsere Arme auf. Musik Was war's mit dem Video. Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und vergess die Glocke nicht zu aktivieren!inku Musik I'm a, I'm a, I'm a long wolf I'm a, I'm a, I'm a long wolf I'm a, I'm a